Sei froh, dass du dieses Gefühl auf der nackten Haut nicht erleben wirst. Ja, das war so geil. Hallo? Jetzt wird die Rote nochmal verwendet. So. Komm, zweites Peinchen. Das machen wir jetzt wie mit kleinen Himmelschen. Nur, dass du nicht sehr gelänglich bist. Oh, ja. Oh, scheiße. Oh, ja. Mach da keine Laufmaschen rein. Ich mach da überhaupt nichts. Das drückt am Arsch. Ich hab dir gesagt, zieh die Hose lieber aus. Scheiß drauf, wenn's kalt ist. Du hast gerade hübsch gestoßen. Du schon. Hätte sich die Hose ausziehen müssen. Das hätte auch sexy Jarara ausgesehen, find ich. Na, wenn du's alleine kannst, warum zwingst du mich dann hier zu helfen? Steht auch sowas, Alter. Ja. Das ist so scheiße groß. Ja, komm. Oh, scheiße.